das hat in der Regel nichts Gutes zu heißen und spielen den Leser irgendwo ausschalten direkt das hat in der Regel nichts Gutes zu heißen und spielen der auskommt bei uns nicht dann müssen wir doch irgendwo ausschalten können spitze vielleicht schaffen wir das auch ohne uns zu verletzen schade ich kann vielleicht gleich treffen und da kommt was Turbinen Energie was Relais Relais Station 54 Relais Station 54 ok wir spielen komm jetzt nicht weiter und so müssen jetzt Nein, ich habe das falsche geladen. Nein, ich habe meine Waffe hier. Meine Güte. War eigentlich das hier, war das zum Aufladen oder? Ich habe schon eingesammelt worden. Ich glaube nicht, dass ich hier einfach durchlaufen kann, oder? Gibt es noch mal Heben. Ähm. Das. So, aha, ich sehe es. So. Aber nicht, dass das was bringt. WTF? 1. Ähm. Ähm. Ich gehe zu zweit. Blödsinn ausgeschalten und jetzt? Ich gehe wieder zurück, oder? Ja. Bleibst du? Okay, die Tür ist jetzt offen hier vor dem Klaus. Beim Haus. Okay, wir werden auf jeden Fall gleich noch eine Decke laufen. Bei Klaus. Bei Klaus. Ausgänge. Bei Klaus. Ausgänge. Bei Klaus. Auf jeden Fall. Wie? Ich sehe dich nicht. mensch bei ihm und Pia eine Heu so sehr und vielleicht was damit nämlich vorher kaputt Leichter muss ausschalten gleich oh fuck bringt nichts noch einer und das war erst mal aus dem Weg beräumt hier ja gut auf die Uhr schauen ein paar Minuten haben wir noch ein paar Minuten haben wir noch immer wieder so eine Energiezelle zerstörend noch eine nein die Tür ist noch zu wo geht es jetzt weiter aha so da aus wie Level Ender jawoll schwerkraft saugen uh der Richtige sogar sehr hübsch gut aber nicht sowas blöden Viecher also ich will ja nicht sagen dass man vielleicht sogar merkt dass es von den Entwickler von Duke Nukem ist aber es gibt schon echt eine Menge Ähnlichkeiten Duke Nukem ähm weiß gar nicht wie der letzte Teil hieß forever nein was Kraftfeld Ausfall Kraftfeld Ausfall jetzt muss ich mal ganz 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 kurz schauen ganz kurz ich weiß er könnte ich sehen ihr kommt mit meinem Aussehen aber ich muss äh äh ganz kurz ich bin der letzte Duke Nukem teilweise nicht doof ich hab den doch sogar Duke Nukem war das forever ja es war wirklich forever okay äh dieses Spiel ist natürlich lange vor forever ja aber vom selben Entwicklerteam ja ist doch schön oder achso wir sind wieder ey wir sind durch das Portal hinter die Tür und jetzt gehen wir wieder zurück okay und wenn die Strom wieder eingeschalten haben ist das doch wir kriegen Besuch oh das Ding macht gut Damage richtig gut komm Klaus wo bist du nun zeig dich boah oh ein Arschloch was das habt ihr noch was zu bieten hier das war's wohl war noch mehr Klaus hallo Oberlehr packt die Gäste zu widerlich aus also echt übelreudig da Prozent wer und ein guter auszultert Prozent der Wurzene Brack hat dann und schnell wieder draußen Scheiße man zum Parlemonia haben eine Menge der Beine benutzt Scheiße Oh, oh, hier kann man wieder aufladen. Steht hier. Das Sicherheitssiegel gegen Energieausfall aktiv. Der Knopf. Total. Aber für das Kraftfeld, besser gesagt. Euren Klausen. Komm, hau ab. Ich glaube, ihr was ausrichten könntet. Oh, hey. Hallo, kommst du denn her? Oh, meine bessere Waffe. Okay, komm mal wieder durch. Weichern mal, bevor wir da durchgehen. Huch. Hey, was war das denn jetzt? Hey, eine unserer Videospielautomaten ist hier gelandet. Cool. Irgendwas? So, mal gucken wir mal, was gewinnen hier. Komm schon. So, los. Ja, 27 Credits. Komm, setz jetzt alles auf, alles auf eins hier. So, alle 26 Credits. Und verlor. Ach, scheiße. Noch was zum Sammeln? Nein. Wir brauchen den sicherlich erst mal unten. Oder, kommen wir oben oder unten? Wo ist denn jetzt der Fahrstuhl? Ja. Wo ist denn jetzt der Fahrstuhl? Ach so, da kommt man wieder in den Raum rein, praktisch. Hä? Wo bist du denn her? Woll ja nicht so rum. Herrlich. So, nee, wir müssen... Das ist der Fahrstuhl, ja. Oder? Ich glaube, ja. So, ab wieder in den Raum. Wie ist die Musik so laut hier in dem Level? So, jetzt können wir nämlich hier das Knöpfchen drücken. Stellen wir auf den Aufzug. Wo stehen wir denn? So. Ah, okay. So, versuchen nochmal zwei. War ja ganz schlau. War natürlich mit Absicht. Ich wollte nur zeigen, wie es nicht geht. So, Knöpfchen. Ach so, wir waren oben. Aha. Gib mir das, gib mir das. Du bist du... Aua. Arschloch, ey. Ah, komm. Fuck. Meine Güte, scheiße. Das hat unten das Leben gekostet. Okay, äh, hier können wir nichts mehr machen. Machen wir den Müll wegräumen. Zack. Weichern. Ach so, hier waren wir vorhin. Was? Notluge Mülllager. Ja. Geht klar. Na gut. Dann springen wir mal in die Notluge zum Mülllager. Oh, ey, geht. Organischer Müll, oder was? Uah, hallo. Ach, scheiße. Ja, ja, komm, 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 komm. Komm ran hier auf den Meter. Wenn ich dich getraue... Ah, nee, bleib nicht vorweg. Hast recht. Abstand kann nicht schaden. Oh, ey, geht. Genau so eine ähnlichen Türen gibt's ja bei Duke Nukem Feuerwehr auch. Nur, dass sie dort etwas anders geöffnet... Uah. Igh, geht. Das ist schon echt räudig. Okay, dann können wir Richtung wechseln. Also, wir müssen... Ich vermute mal... Ich vermute mal... Genau jetzt praktisch in den Schlund da rein. Ich stelle jetzt mal hier hin. Kann man das machen? Wupp. Ich frage mich nur, ob es egal ist, in welchen. Nein, uah. Was war das denn? Das war aber knapp. Scheiße, ey. Ja, nicht runterfallen. Hier hin. Und da drauf schießen. Ey, wie sind wir denn hier zuher gekommen? Ach so. Und das Spiel ist manchmal schon echt verwirrend. So Level-Design-Technisch, sag ich mal. Ich wollte doch eigentlich in so einen Müll-Schlucker rein. Ich wollte wissen, was da passiert. Aber da kommen wir gar nicht hin, ne, oder? Ja, doch in den vielleicht. Na, auf geht. Komm, lass deinen Müll schon fallen hier. Jetzt geht das scheinbar nicht mehr auf. Äh. Ich wollte da rein springen. Vielleicht müssen wir das auch anders machen. Warten. So, das kann ich natürlich nicht mehr drehen. Na gut, egal. Gehen wir mal weiter. Zack, zack. Uah. Zack. So, nee. Lieber hier hinstellen. Und da ist was. Ach so, das war die Selbstschussanlage. Das Teleportstation 5023. Okay. Was? Wird die ganze Station teleportiert? Oder wie verstehe ich das? Ja. Die Raumbasis scheint langsam zu leiden hier. Boah, komm! Boah, komm! Scheiße! Boah, fuck! Mach mal bei uns Schaden, ey! Komm, bleib in deiner Ecke! Meine Güte! So! Ich putze Geräusch, bot! Das ist meins! Muni! Enten können wir wieder Shuttle fliegen! Ach so, was Knöpfchen drücken? Ach so, ah, da geht die Wand an! Aha, okay! Die da! Oder? Haben wir jetzt gedrückt? Was soll das? Wandgang aktiviert! Jawohl, jetzt! Noch ein paar neue Kollegen hier? Nein! Schaut gut aus! Ach, doch, da! Ja, ne, was ihr eigentlich von mir wollt! Keiner! Aber wirklich niemand hat die eingeladen, ne? Wir wollen hier eine schöne Geburtstagsparty für die Mutti machen, weißt du? Und die, die wollen einfach nie! Hm, schon, hör ab! Und wenn hier gerade so Ding geflogen ist, musst du da einer von die Großen sein, oder? Keine Musik mehr, also keine Gegner mehr! So, kann ich eigentlich einfach wieder heranspringen? Nein! Na gut, bleiben wir nochmal Dann nehmen wir das gleich mit hier Oh! Oh! Das, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid Nicht wirklich, aber ein bisschen Soll denn der blöd sind, bitte? Nichts! Okay, ein Feuerzeug wird leer? Ah, ne, es wird heiß! Ich dachte, es wäre leer jetzt! Und das kleine mitnehmen hier Dann haben wir ein paar Kumpels Hey! So! Hm! Ich würde dann auch die Aufnahme hier erstmal beenden Oh! Genau, ja, wie gesagt, ich würde es hier erstmal beenden, soweit Denn es ist schon wieder um 8 Ich habe noch ein bisschen Arbeit heute Es geht auf jeden Fall morgen gleich weiter Ich habe so das Gefühl, wir sind gleich Am Ende von Prey Wie gesagt, äh, genau Ich speichere das Ganze jetzt hier Äh, so Spiel speichern Äh, da, 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 da Mal drei Speichern Äh, morgen geht es auf jeden Fall weiter Ich habe jetzt gespeichert Also Morgen geht es direkt weiter Ich sage mir immer Good luck, have fun Und bis gleich in der Aufnahme In der nächsten Aufnahme Willkommen zur vierten Aufnahme von Puey 2006 Was wir dazu sagen, dass der neue Teil ja auch nur Puey heißt Ich drückte direkt mal auf Fortsetzen hier Wenn das nicht so lange wieder gelaber ist Äh, und zwar Ähm Gibt es Zwei kleine Dinge, die sich jetzt hier erst mal geändert haben Und zwar, wir nehmen jetzt mit einer zweiten Grafikkarte auf Das sollte bei Prey jetzt ehrlich gesagt noch keinen Unterschied machen Aber dann, äh, bei den anderen Spielen auf jeden Fall Äh Sollte das für einiges an stabileren Frames sorgen Mal ganz kurz in der Menü Und ich habe die Steam Übertragung noch eingeschaltet So Erstens nervt mich der Text oben in der Ecke Und Zweitens ist das ein bisschen doof, wenn da jetzt jemand reinkommt So, ich Es ist schon wieder ein paar Tage her, habe ich gesagt Also ich Erschreck mich nicht so, Kollege So, ich erinnere mich Jan wurde zum zweiten Mal entführt Ja Ähm Und da war mal gekommen Ja doch, wir müssen jetzt mit dem Schiff weiter, wohin? Nach oben Ja genau, deswegen hatte ich auch gleich hier gespeichert Weil das Weichern im Schiff ja ein bisschen was So, das nun So hat es dir auf uns geschossen Oh genau, genau Hier war mal gekommen Zack, 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 zollate ich das Schiff nochmal fix auf So Und dann kann es auch schon losgehen Kraftfeld wir haben da schon kraftfelder die steine können nur fliegen oder wie den kaputt machen ist egal da ich will das ende sehen ich bin echt übel gespannt über das sind ja hallo lieber kollega aber wieder so ein kleiner planet oder astheorie wie man das sehen möchte da aber und schatten gesehen gerade ihr haltet uns nicht von unserer allwährenden mission abständig zu retten wieder nach eines spiels er kann zumindest kann es niemand vorwerfen dass wir aufgeben würden so ob wir noch irgendwo was finden dann wieder seine eigene schmerkraft wird bestimmt nicht rein da muss man irgendwie zu Fuß reinkommen und sonst gibt es ja nichts also du hast mal landen nur kommen ein anzuhandungsdruck hat sie uns an uns kommt bestimmt leider welche nur ist das aber diese Antenne ich habe ganz kurz die dose aufmachen so sogar ohne geräusch blöde ii leidenschaften wie kann man jetzt da rein das vielleicht nun im schattel kaputt machen würde man einfach hochlaufen was soll das denn ach er kann hier rein ah ok nur die frage wo schalten wir das ganze aus da ist ein terminal ja guck einen an damit kann man ja 100 pro besuch hier hallo ja ja so war es so wie bisschen komisch ist so zu spielen auch jetzt kommt schon das große Tor machen war diese Schwerkraft hier und war Speichern bevor wir da ins Schatten steigen Hallo mehr wenn wir nicht machen will ich dann und dies mehr hatte ich mir Oh, wut, wut du wack? Ach du, das laden wir noch mal. Das war ja doof. Hallo, hallo, hallo. Ah, man, eins. Ah, komm schon. Das ist halt mit dem. Hallo.